Für einen Dieb wie ihn ist Hausarrest eine ganz neue Herausforderung. Doch am Karfreitag lassen wir ihn raus. Ich vermasse das jedes Mal. Vielleicht brauchst du jemanden, der auf dich aufpasst. Hi! Winzige Helden. Ant-Man und Wasp als Team. Mit Riesenproblemen. Unsere einzige Chance. Seid ihr beide. Erreichen ein ganz neues Level. Großartig. Die Free-TV Premiere. Marvel Studios Ant-Man and the Wasp. Karfreitag, 20.15 Uhr. ProSieben.